Und wir haben hier trotzdem Desert. Und hier haben wir eine Taiga. Taiga ist Frost. Hier haben wir eine Wüste. Also hier brunzt du die Bienen weg. Hier fallen sie mit erfrorenen Flügeln zu Boden. Und hier trinken sie im Fluss. Nein, im Fluss werden sie nicht trinken. Ich glaube Riverbium zählt als gemäßigtes Klima. Boah, ist das klein. Hier. Ja, auf den sechs, acht Feldern hier können wir Bienen züchten. Das ist sehr interessant. Ich gucke nochmal. Wir hatten hier, glaube ich, auch irgendwo River. Ja, hier haben wir auch River. Hier haben wir die Wüste. Man konnte auch die Minimap so einstellen, aber es reicht mir so ein grobes Überblick. Ja, also hier in der Ecke können wir Bienen züchten. Und da in der Ecke können wir Bienen züchten. Das reicht eigentlich auch. Man braucht erstmal nur so vier, fünf, sechs von den Bienenstöcken. Und dann passt das schon. Was sagt das Questbuch zum Bienen? Beekeeping. Beekeeping. So, als LRS brauchen wir einen Squeezer von Forestry. Den müssten wir mit einem Dynamo oder Ähnlichem betreiben. Und da müssen wir den Samen reintun, damit aus dem Samen Samenöl wird. Da, Seed Oil Can. Und damit müssen wir ein Artificial Hive herstellen. Artificial. Stroh und Silk Mesh. Und das tunken wir dann in ein Barrel voll Öl. Was wirklich viel Öl ist, wenn ich mich recht entsinne. Wie viele Seeds haben wir? Eventuell müssten wir vorher nämlich unsere Farmen ein bisschen aufpumpen. 234. Ich glaube, das reicht nicht. Ja, okay. Wir brauchen eine ordentliche Farm. Und das Konstrukt hier finde ich doof. Plan. Wir reißen das Ding ab. Reißen das Ding komplett ab. Machen die ganzen doofen Wackeln hier weg. Machen in der Mitte dieser Plattform. Ups, das hätte ich nicht machen sollen. Machen in der Mitte dieser Plattform den Planter wieder hin. Und drumherum ein riesiges Feld. Und dann in eine Ecke ein Harvester. Denn ist diese Plattform echt nur für die Farm da. Und nicht noch irgendwelche komischen Maschinen damit drauf. Ja, das klingt sehr gut. Also, du weg. Du weg. Anderthalb Stacks Dirtz hat es wenigstens produziert. Ist für unsere damaligen Verhältnisse echt viel gewesen. Ist immer noch. Ist immer noch viel, weil wir keine schnellere Möglichkeit gefunden haben. Aber es wird später wesentlich schneller gehen. Wenn wir das Ding hier ans ME-System anschließen und sagen, tu alle Monsterfleisch da rein. Und tu alle Setzlinge bis auf 50. Das kann man auch programmieren. Also alle überschüssigen Setzlinge da rein. Dann müsste das recht schnell gehen mit der Biomasse. Und wir könnten zwischendurch immer noch umstellen, dass er die Leaves auch mit einsackt. So. Aber trotzdem euch mal weg. Weg. So. Doofe Item Ducts. Doofe Drittelblöcke, auf die man nicht ordentlich springen kann. Weg mit euch. So. Richtig schön aufgeräumt. Okay. Die. Alle weg. Alle Samen einsammeln. Die brauchen wir später. Dann hoffe ich mal, dass unter dem... Er soll mit dich ausstehen. Sonst befüllt er das ganze Ding immer wieder nach. So. Dann. Du kriegst das Upgrade raus. Dann würde ich dich gerne abbauen. Und hoffentlich... ins Inventar bekommen. Ja. Sehr gut. Nächster Schritt. Wir machen das Wasser hier weg. Flup. Und dann hier außenrum das auch weg. Das Dirt. Das fällt hoffentlich unten auf die Plattform. Weil ich hätte gerne außenrum einen Weg, wo man rumgehen kann. Weil klar, man kann einfach auf jedes Feld drauf strampeln. Und die Pflanzen gehen auch nicht mehr kaputt. Seit zig Minecraft Version. Früher war das ja echt ein Problem mit rüber gehen. Jetzt gehen die Pflanzen und der Boden ja nur kaputt, wenn man springt. Genauso. Oder Schweine zu weit macht es auch immer noch kaputt. Also man kann immer noch rüber gehen jetzt inzwischen. Aber ich finde das trotzdem ein bisschen doof. Das ist quasi ein Garten. Da soll man nicht einfach so rüber trampeln. Kommt der Papa wieder durch. So du. Also das kann bleiben. Alles andere wird zu einem riesigen Feld. Wir brauchen nur mehrere Punkte, die das Ganze bewässern. Gucken wir mal, wie das hinhaut. Also es war ein 17 mal 17 Feld. Oh, die hätte ich da lassen können. Fällt mir gerade auf. Aber wenn es ein 17 mal 17 Feld ist, dann haben wir hier 8 mal 8. Da 8 mal 8. Da 8 mal 8. Und da 8 mal 8. Das ist nicht gut. Das wäre nämlich eine gerade Zahl. Obwohl, nee. Wir haben hier einen Rahmen unten drum. Also wäre es 7 mal 7. Wir hätten einen in der Mitte. Ja, das geht sehr schön auf. Also, ME-System. Komm her. Ich habe da gerade so ein paar Slabs runterfallen lassen. Geht mir bitte neue. Viele, die Menschen machen, müssen Maschinen ausbügeln. Mhm. Deswegen werdet euch irgendwann erheben und uns alle töten. Das ist vollkommen okay. Du, du, du. Du, du, du. So, dann machen wir hier ein 7 mal 7 Feld. Oh, nächster Denkviel, den ich gemacht habe. Äh, wir haben den Zaun auch noch drum. Also sind es denn nur 5 mal 5 Felder? Ja, ne? Hm. Hier. Zwei nach da, zwei nach da. Zwei nach da, zwei nach da. Nee. Es geht nicht auf. Noch ein Ding. Fehler irgendwo begangen. Das ist nicht schön. Da wäre die Mitte. Eins, zwei, eins, zwei. Das hier wäre zu viel. So. So. Es wäre ein kleines 5 mal 5 Feld. Dann hätten wir hier noch ein kleines 5 mal 5 Feld. Da ein kleines 5 mal 5 Feld. Da ein kleines 5 mal 5 Feld. Und frei bleiben würde. Außenrum alles. Und in der Mitte so ein 3 Felder breites Kreuz. Also das ist vollkommen okay. Nicht besonders effektiv. Aber okay. Die Idee mit dem einen großen Feld gefällt mir allerdings wesentlich besser. Problem ist da nur echt die Bewässerung. Ich mache erstmal kurz. Ich fange in so einer Ecke an wie hier. Und mache dann die Maximalgröße, die wir mit einem Sprinkler hinbekommen. Also. Eins, zwei, drei, vier. In jede Richtung. Also wenn hier ist ein Aquarius Accumulator wäre. Also ein Wassersammelding. Und obendrauf ein Sprinkler. Könnte er das ganze Viertel komplett besprinkeln. Das machen wir von dieser Seite hier auch nochmal. Also ein freies Feld. Eins, zwei, drei, vier. Das heißt hier in der Mitte ist absolutes überpowertes Wasser. Theoretisch. Aber es sieht einigermaßen okay aus. Naja. Naja. Es ist auf jeden Fall schon mal mehr Fläche. Nächste Frage. Wo kommen dann die Harvester hin? Oh. Aufer kaputt. Oder Werkzeug kaputt. Harvester hinkommen. Hm. Die könnten theoretisch hier. Nee. Ich wollte gerade sagen, die könnten hier in die Mitte. Und solange sie ein großgenügendes Upgrade bekommen, müssten sie alles wegfräsen. Also ich setze mal das hier hin. Das denn wäre dann der Harvester. Der würde von unten Strom bekommen. Da muss hinten abgesaugt werden. Das geht nicht. Da muss der eine nach vorne. Das ist doof. Das ist echt doof. Mitte wäre hier. Hier. Wenn da ein Sprinkler wäre. Eins, zwei, drei, vier in die Richtung. Vier in die Richtung. Das sieht so klein aus. Aber wir hätten definitiv genug Platz. Dann wäre es vier in die Richtung. Hier könnte dann der Harvester stehen. Ihr könnt hinten dran abgesaugt werden. Alles kein Problem. Ja. Das ist ein bisschen besser. Pass mal da. Zehn mal alles umbauen. Aber na gut. So, du bist der Planter. Das wird jetzt eine etwas interessante Konstruktion. Weil wir haben jetzt in der Mitte, oben drauf den Sprinkler. Da drunter den Aquius Accumulator. Und da drunter den Planter. Soll funktionieren. Theoretisch geht er ja nur einen Block höher. So wie ich das verstanden habe. Aber es wurde gesagt, das klappt. Und ich vertraue mal drauf, dass das klappt. Wäre dann auf jeden Fall sehr effektiv. Und wir gucken einfach mal. So. Also von dir aus. Hauen wir dich halt damit weg. Ist mir egal. 1, 2, 3, 4. Gott. Und das müssen wir jetzt in die Richtung noch weitermachen. Du kannst hier wieder zu. Du kannst zu. Du bist die äußerste Ecke. Richtig? 1, 2, 3, 4. Jo. Da. Ist noch eine Menge Fläche. Wir brauchen definitiv mehr Dirt. Und wir brauchen eine funktionierende Axt. Haben wir Bronze im System? Müssten wir. Bronze. 2 Stück. Und ich hätte gerne Dirt. 25. Oh. Wir hatten da noch ein Stack. Ups. Die Toolstation. Bronze. Gib ihm. Da. Also. Und das Ganze machen wir jetzt. Damit wir ein bisschen Samenöl bekommen, um Bienen zu züchten. in einem sehr kleinen Biom. In die Ecke gequetscht von anderen Plattformen, wo eigentlich ganz andere Sachen hergestellt werden müssten. Aber auch das ist mal wieder nur eine Temporekonstruktion. Denn es gibt später Bienenkörbe, die sind elektronisch. Was ziemlich abgefahren klingt und auch ist. Aber es gibt halt inzwischen industrialisierte Bienenkörbe. Die auch mit Strom betrieben werden. Und die kann man dann überall aufstellen. Weil da kann man einfach Module reinsetzen, die sagen, du bist jetzt ein heißes Biom oder du bist jetzt ein kaltes Biom und so weiter. Etwas ähnliches gab es früher auch schon. Das waren die Alivaries oder Avalivaries. Irgendwas in der Richtung. Die waren aber schon ziemlich high-end, was Bienenzucht angeht. Und diese elektronischen, die gehen jetzt recht schnell zu machen, was ein bisschen überpowered ist. Aber naja, das Modpack hier ist ja eh allgemein ziemlich überpowered. Das braucht halt nur alles sehr viel Zeit, trotz dem, dass es überpowered ist. Was wahrscheinlich auch der Grund ist, warum es überpowered ist. Wollen wir nicht schlechtes Nachreden und so. So, da. Wir brauchen gleich den Aquius Accumulator. Der kommt ja nicht hier hin. Setz mal einen Rahmen drumherum, dass ich mir ungefähr merke, wo das ist. Hier in der Mitte, da in der Mitte. Alles gut. Zu, 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 zu. Und hier die Reihe noch. Dreimal, so wie noch. Das mache ich aber gleich. Ich hätte jetzt erstmal gerne den Aquius Accumulator. Akku-Uter. Braucht Glas, braucht Servos, braucht Maschinenframes. Das könnten wir alles haben außer Servo. und kein Redstone was nein ich habe alles an Redstone nicht schön ich habe alles an Redstone benutzt um die Goldchips herzustellen und wir kriegen keinen neuen Redstone weil wir nämlich nur Kies sieben das wird jetzt geändert ich hätte gern einen wir haben keinen Sand boah alter Schwede ich hätte gern einen Hammer ich habe keinen Hammer ich hätte gern einen Stick gib mir ein Stick System da da so ich hätte gern einen Hammer ich hätte gern einen Gravel oh wir haben auch fast keinen Gravel mehr Bäm Sand old school du exportierst jetzt bitte nur noch Sand du stellst bitte das ist falsch du bist eigentlich auch falsch aber ja also wir müssen die Dinge unbedingt anschließen weil wir haben keinen Sand wir brauchen Sand um Mist wir brauchen ja keinen Sand wir brauchen Dust du exportierst bitte Dust genau Dust haben wir anscheinend noch ein bisschen was also sehr gut also bitte ganz viel Redstone und die Dinger müssen wir trotzdem anschließen ich brauche ich brauche eigentlich erstmal Lava im System aber das machen wir händisch so lange wie es halt läuft ich brauche jetzt einen Exporter da rein und ich brauche Kabel also hier kommen Importe rein und oben drauf kommen die Exporter ich nehme erstmal nur ein Set also ein Importer ein Exporter Port Basic Export Bus haben wir fast gar nichts für du du brauchst noch Eisen eins zwei hauen wir ins System